Ich grüße euch ihr halblangen und halblangerinnen. Heute geht es bei uns um das neue Video von MC Fiddy zu Mama Halblang. Mama Halblang, Mama Halblang Biggie. Mama, 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 kurz ne Pause. Mama was? Hier, deine Mutter, Mann, die ist im Supermarkt, macht sich den Wagen voll und an der Kasse sagt sie dann zum Hieressen. Mama Halblang wird auf dem neuen MC Fiddy Album Peace erscheinen und das wird am 19. September veröffentlicht. Der Sound von Mama Halblang ist irgendwie Arkgänger mäßig, sehr Fiddy Like und die Hook erinnert ja schon stark an. Dida, 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 Mama Halblang, äh. Fanta 4. Mama was, was Mama? Deine Mutti spielt bei Jurassic Park mit als riesiger Kackhaufen. Das Video bietet wirklich nicht so viel und auch generell bei dem Song hält er sich stark an sein Motto. Heute ist ein Tag für Henna. Mama, 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 kurz ne Pause. Ich tue nichts, das kann ich kümmern. Der Plot vom Video ist sehr schnell, sehr kurz erzählt. Fiddy fährt mit dem Mofa an den See, dort wird den ganzen Tag geangelt. Er sieht eine Meerjungfrau und was macht er? Die nimmt er nicht mit? Nee, er pisst in ihr Wasser. Das ist wie wenn jemand von dir zu dir nach Hause kommt ins Wohnzimmer und einfach mal hinpissen. Apropos Angeln, Tobi, willst du einen Angler bezürgen? Nee, die deine Mutter bezürgen. Also ich hab da einen am Start. Kommt so ein Spaziergänger am See vorbei, trifft so einen Angler, fragt er den Angler so, und, beißen die Fische heute gut? Sagt der Angler so, nö, können sie ruhig streicheln. Also so mit der Hand ins Wasser gehen. Ja, ich hab das verstanden. Das war allerdings nicht lustig. Okay. Ich hab aber noch einen. Willst du den hören? Nee. Ehrlich nicht? Also da sitzen zwei Angler so am See, der eine holt so einen Hut raus, der andere fischt so und holt so einen Stiefel raus. Und dann meint der eine Angler plötzlich zum anderen Angler so, Mensch, wir müssen weg hier. Dann meint der andere Angler, warum? Und dann sagt der so, ich glaub, da unten wohnt jemand. Der war wieder nicht. Lass mal nochmal das Video gucken. Okay. Digi, probier's mal mit Gemütlichkeit. Heute sind nicht nur meine Aussehen faul. Sorry, Chef, heute hab ich leider Burnout. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, das letzte Freitagsvideo anzugucken oder die letzten Music News über MC Fitty, äh, Future Technik. Wenn's denn funktioniert hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst du ja nie wieder was und, äh, ich bin raus. Tobi, bist du noch ein Angler mitzuhören? Nee, bitte nicht. Komm, komm, komm jetzt. Nein, geh weg. Komm. Nein. Grüß euch, ihr halblangen und halbkurzen. Heute geht's bei uns um das neue MC Fitty Video. Mama, halblang. MC, Mama, halblang. Mama, MC, Fitty, lang, lang. Ja, 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 ja. Lingen lang, lang, chinesisch, seid nicht dumm. Den Mama, den Mama nochmal. Mama.